Die Schwierigkeiten einer Wohnungssuche Szene 1 Hallo, ich bin Jude Al-Mohammad. Ich habe bei Ebay gesehen, dass Sie eine Wohnung zu vermieten haben. Ich möchte gerne wissen, ob diese Wohnung noch frei ist. Hallo, Herr Al-Mohammad. Ja, die Wohnung ist noch zu vermieten, aber erst einmal müsste ich von Ihnen noch wissen, ob Sie gerade berufstätig sind? Nee, ich bin noch ein Schüler und bekomme ich Geld vom Jobsenten. Ah, okay. Nee, dann brauchen wir leider auch überhaupt gar nicht weiterreden, denn an solche Menschen vermieten wir nicht. Oha, okay. Danke. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Szene 2 Guten Tag. Hallo, ich bin Adam Ryan. Mein Freund hat mir gesagt, dass Sie eine Wohnung zu Vermieter haben. Ja, haben wir. Aber zuerst muss ich von Ihnen noch mal wissen, ob Sie berufstätig sind. Ja, ich habe Arbeit bei Hummel in Flinsburg. Okay, ja, das ist gut. Ich schreibe mir mal Ihren Namen auf. Wie schreibt man das noch mal? Sagen Sie noch mal? Adam Ryan. Adam Ra... Buchstabieren wir? Ra... Jan. Okay, ja, wir melden uns. Tschüss. Szene 3 Hey, Michael. Na, kommst du gerade vom Einkaufen? Soll ich dir kurz helfen? Hi, Lisa. Nee, danke, das passt schon. Sag mal, deine Wohnung, ist die eigentlich immer noch frei im Haus? Ich wollte jetzt doch endlich bei meinen Eltern ausziehen. Ja, weißt du, wir haben echt noch niemanden passenden gefunden. Aber du kannst die Wohnung gern haben. Also würdest du schon mal rüberkommen und dir die angucken? Ja, cool, super. Warte, ich bring kurz meine Sachen wieder rein und dann komme ich gleich. Ja, klar, kein Problem. Wir treffen uns einfach vorne und unten an der Tür, ja? Okay, super. Ciao, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.